Auf geht's. Eins. Zwei. Ja, das ist schwierig. Endlich. Drei. Zwei. Zwei. Okay, den gibt es aber von vorne. Achtung, komm mal. Und. Du musst ein bisschen ziehen, wie gut kommt. Ja. Vier. Zwei. Eins. Zwei. 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 der Arm ist beendet, sonst habe ich keine Lever. Und von hier, ich steppe in, ich steppe hinter ihm, ich steppe hinter ihm, und von hier kann ich ihn überstehen und ihn stabilisieren. Ich zeige noch mal die Geschichte mit dem Arm. Wenn du nicht den Arm blockst, 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 so dass du hier in der Erdbebohr steigst, dann kannst du immer wieder umdrehen, dann kannst du den Arm blockst, aber wenn du das richtig machen kannst, und die Erdbebohr steigst, so dass du den Arm steigst, dann hast du ein guter Lever, und er kommt nicht mehr. So, the last action in this play is going against this Arm lever, and it proceeds like this. So, I come again, here to face this, and I have him here, I want to bring him, I want to push him over, and what he is doing now, he is going under my chin, pulling me backwards, and can do a throw as he wants. Okay, so, that's it for today, thank you Fabian, thank you Susanne, and thank you for watching.